In einer Umfrage im Juni 2022 haben 43% der Befragten angegeben, dass sie sich bereits Gedanken zu einem möglichen Blackout gemacht haben. Nur 16% haben dazu auch wirklich Vorsorgemaßnahmen getroffen und halten laut eigenen Angaben 14 Tage oder länger ohne Strom durch. Diese niedrige Eigenvorsorgerate dürfte darauf zurückzuführen sein, dass nur 6% glauben, dass in den kommenden Jahren ein Blackout stattfindet. Damit gehört ein Blackout zu den am meisten unterschätzten Gefahren. Denn von der Störung im Stromnetz bis zum europaweiten Blackout dauert es nur wenige Minuten. Danach ist alles dunkel. Hilfe ist nicht zu erwarten. Einsatzkräfte sind blockiert. Wasser und Lebensmittel können nicht mehr eingekauft werden. Nach erfolgten Blackout ist es für eine Vorsorge definitiv zu spät. Daher gilt, richtig vorzusorgen ist die Aufgabe jedes Einzelnen. Blackout Insider bietet alle überlebenswichtigen Informationen. Kompakte und verständliche Videos über Vorsorge, Insiderwissen und Hintergründe geben genau jenes Wissen an die Hand, das notwendig ist. Komm jetzt auf den Kanal Blackout Insider und informier dich!